Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Southparks of Franchard Butthole. Wir haben als Aufgabe bekommen, wir müssen zurück. Zurück zum Kuhnversteck. Wir wissen aber noch nicht, glaube ich, nicht, worum es geht. Jetzt haben wir auch noch Captain Chaos am Hang. Oh Gott. Nein, nein. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Okay. Captain Chaos haben wir jetzt also auch am Hals. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, Butthole ist kein Freund von uns. Ich war gerade die Tasse am Suchen. Auf jeden Fall. Auf zum Kuhnversteck. Ich muss noch aufpassen, sonst kein Schwein sieht. Gut. Fick. Dich. Mom. Eingabe. Da sind wir, Kuhn. Ah, da bist du ja wohl der Arsch. Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hm? Ist schon okay. Du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du bleiben warst. Alter. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefaktslots zu stecken. Na los, probier's aus. Okay. Artefakte. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Äh, Artefaktplatz. Junior Kuhn-Friend-Büro. Normale Standard-Zucker-Kette für Einsteiger, aber eben den Kuhn-Friends. Gibt hier das recht geringe Artefakt, um Dienst mit Kuhn-Friends einzusetzen. Oh ja, dann rüsten wir das schon mal aus. Das gibt uns schon mal auf ziemlich alles plus 2 plus 11 Gesundheit. Und Gesundheit bleibt gleich. Artefaktan, Artefakt, Artefatte. Alter, ist dieses Wort nicht ausgesprochen? Artefakte steigert deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Okay. Um Steckerejenigen zu besiegen, musst du Steckere Artefakte ausdrucken. Alles klar. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Wett. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superhelden-Abenteuern. Du kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Yes. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlord. Das heißt Wunder-Arsch. Wobei, weil wir sind stärker. Nennt mich Arschlord. Alles klar. Dann. Schnellreise-Schnellreise-Schnellreise-Freischaltung-Kartenshaus. Oh hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere. Die werden dir das Leben erleichtern. Danke. Wie heißt hier, Jimmy? Danke, Fläster. Hier, Miezi. Komm, Miezi, Miezi, Miezi. Alles klar. Wirf einfach einen Stein. Nein, nicht auf den Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Geh mir den Stein. Du Pussy. Zünd das scheiß Ding an. Nein, ich werf den Stein. Nein, werft irgendwas, ihr Ärsche. Lass uns einen Böller an den Stein binden. Ich sagte, ich werfe den Stein. Hey, der kleine Viertklässler schreibt wieder. Jetzt gibts mal richtig auf die Fresse. Oh. Besiege die Sechsklässler. Ah, jetzt haben wir auch... Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute. Klar, ladet alle eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich. Sechsklässler. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Äh. Wir machen hier ruhig. Sehr schön. Hier brennt erstmal. Zwei. Hitzewelle. Weg mit euch. Plus zwei. Alles klar. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrochen. Gefällt dir das Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Füllt den Zorn von Judenkeit. Ein Viertklässler mit nem Drachen. Sehr schön. Kleiner Rückschlag. Alter, ich verkack die Quicktime-Events so sehr. Cracks-Block hat erlaubt es ihm schaden, um es zu denken. Also würde ich mir mal anschauen. Okay. Es ist Crack-Time. Ich meine, Super-Crack-Time. Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt dir aber ein Chill. Und macht mit dir... Du wütendst! Alter! Was? Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ja! Den hab ich extra für dich von ganz unten hochgeholt! Das ist sehr schön. Und das hier... hol ich jetzt... Bruder... Wir machen das hier... Wow! Zwei Treffer! Und wir kotzen. Wir sollten jetzt erst einmal... Ähm... Heilen. Ich bin dabei! Ich bin dran! Mega-Faust-Schlag! Mega-Faust-Schlag! Das hab ich kaum gesehen! Kein Thema. Das haben wir jetzt gleich geschafft. Auch ein Neuer! Okay. Oder wir sollten jetzt mal lieber Seite gehen, weil wir haben noch in der Erfahrung-Zone stehen. Wer ist das nächste Ziel? in meiner grenzenlosen Boot! Ah! Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann! Wahaha! Ja, das weiß ich. Ich bin drin! Okay! Eis! Weg mit dir! Den haben wir die Fresse poliert! Sehr schön! Du hast gewonnen! Aber Get on Blood, ein Artefakt. Gut, ein bisschen Moni. Sehr schön! Okay, das war ziemlich cool! Geile Teamarbeit! Okay, geile Aktion! Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir vier Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier habe. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Bis! Ja, wir können ja nicht mal das Haufpark rein. Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Moskito, der hilft dir. Ich übertrag den Rest auf deine Karte. Wie? Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Äh. Er ist einmal hier. Hauptstraße. Schnellreise freigeschaltet. Glückwunsch! Das Schnellreisesystem ist voll für... ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann! Er wird jetzt freigeschaltet. Blitzfreak! Sehr schön. Erkunden wir mal hier so ein bisschen. Okay. Ein Selfie mit... Mist Tester Burger. Okay. Kann ich zurück an die Arbeit? Nein. Wir gucken... Alter, was ist das hier für ein Dreckstuhl? Verbessertes Gegengift. Okay. Wo springen wir uns das jetzt? Da ist glaube ich noch eine Tasche, die wir... Also, das ist noch gesperrt. Okay. Äh. Halt! Da habe ich noch was gesehen. Okay. Da muss ich in den Zoo rumgehen. Sehr schön. Das ist unser erstes Jaui-Bild. Alter. Hier kann man noch was öffnen. Ich bin immer gespannt, ob das wieder so ein Endlos-Quest wird, wie damals die Teen-Pokemons. Okay, so Endlos war das jetzt auch nicht, aber... D-Mobile? Unbegrenzter HD-Sound, Video-Voicemail, damit liegt dir die Welt zu Füßen. Äh, ja, okay. Oh, lieben, gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Wir haben neues Zubehör. Der Scheiß verkauft sich von selbst. Okay. Äh, Boombox, Boombox. Plus 35 Frühschluss-Komboschaden, plus 3 Öl, ich bin nicht die Kraft der Erholung. Ich würde eigentlich noch was warten, bis wir was kaufen. Danke für deinen Einkauf bei D-Mobile. Aber da fällt mir noch was ein. Äh, mal gucken, ob wir das jetzt hier haben müsste eigentlich. Na, wo haben wir es? Sehr schön, wir haben nämlich... Oder? Keine Ahnung, vielleicht kommt das noch. Ich liebe es Leuten, zwei Jahresverträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Ja, das glaube ich ist das Wort. Naja, egal. Ich habe mir nämlich jetzt hier von einem Kumpel... Das... Themen... Was ist das jetzt hier? Ähm... Drogenfläschchen. Ist das gut zu wissen? Ne, ähm... Auf jeden Fall... Promoters Needed. Auf jeden Fall... Ich hatte, ähm... Von einem Kumpel hier den Code für dieses Twitch-Paket bekommen. Und das ist jetzt auch schon aktiviert. Aber man will... Keine Ahnung, wo das jetzt auftaucht. Kann ich sagen, ist ja geblattet. Ach, das ist die South Park-Mobile. Ja klar, die wird ja zerstört. Da ist ja was gelandet. Äh... Ich muss hier nach links. Wir gehen zu Moskito. Behalt deinen Damen halt für dich, Furznase. Hey. Mir nimmt man... Den Schrecken des bösen Furznase. So. Wir gehen weiter. Füß! Was war da? Sie haben fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ähm, okay. Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Ich erinnere mich an eine Folge. Ja. Hi, und willkommen im Raisins. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi. Okay. Hier, Schnucki. Kuhnkuchen. Eins von unseren Raisins kommt gleich. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Mero Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Alter. Noch eine Lade Wings, Süßi? Klar, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Da ist Moskito. Herr Schwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superhelden bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission. Meine Superhelden-Kollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was sie hier versucht. Äh, was soll das denn heißen? Äh, die Raisins Girls sind Moskitos kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Äh, okay. Hier hast du die Rechnung. Äh, aha. Von wegen? Ihr wolltet mich verführen. Das zahl ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Bigs Cop. Kampflos, werden wir uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Bitte was? Ich wusste jetzt nicht, dass ich die Raisins Girls... Alles klar. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen and Friends anzulegen. Bestellt ihr Wissen. Oh, nein. Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Rügeln wir mit Moskito wieder Verstand ein. Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut. Lass meinen Schatz in Ruhe. Moskito ist bezaubernd. Benutze den Versuchungsmodus, noch mehr darüber zu erfahren. Wie jedem... Äh, du, 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 du. Okay. Schwache Seite. Eine Portion Wings klingt tatsächlich gut. Nee. Also, ich mach noch gerade Menü, aber ich schätze mal, das wird gerade das... Nee, das ist das Beste. Mache ich. Feuerstrahl. Das gibt garantiert eine Arbeit. Ich zeig euch mal, wie das Double Whirmy unsere Double Whirmy Wings kauft. Nix da. So geht manchmal selbst den schnellsten. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Ich möchte nach der Tracht Prügel hier rausgehen. Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen. Wir werden wahrscheinlich töten. Äh, du, 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 du. Nee, das... Warum geht das jetzt nicht? Ich hab Geld vor dem Kack. Alter! Alter! Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. So sei ich selber eine Traumfrau. Beeilen wir uns. So, du kriegst jetzt den Dick auf die Fresse. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Steff uns nicht weg, naja. Und noch ein Flammenwurf. Ja gut. Ja, toll, dass ihr da seid. Alles okay, Super Craig? Klar, mir geht's super. Okay, los geht's. Du kriegst jetzt auch Dick aufs Maul. Peterfrau schlag. Deine Schläge ist Sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trink. Ich mag. Man, Mercedes muss weg. Er ist so wibbelig. Ihr seid so neidisch auf unser junges Glück. Bereit Gas zu geben. Null bringt uns gerade gar nichts. Wir heilen mal. Den Neuen. Problem ist jetzt halt gerade, ich könnte die da wegmachen. Hast du auch Spaß? Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Sehr schön, dann können wir die nochmal... Äh, ne, kann man nicht. Dann stelle ich mich hierhin und überspringe die Runde. Äh, du kannst ausgeschaltet... Ja, das weiß ich. Äh, du kannst ausgeschaltet... Gleich kommt jetzt... Äh, äh, meine einzigartigen Talente im Dienst der guten Sache. Ist einzigartig das richtige Wort? So, wenn ich jetzt hier... Dann kann ich dich mal sehr, sehr stark schwächen. Und vielleicht in der nächsten Runde besicht sie sich selbst. Spüre die Kraft des Feuers. Entfessele sie! Darauf trinke ich! Wer hat hier einen getracht Prügel bestellt? Ach, das wirst du spüren, wenn du in die Pubertät kommst. Können wir das vielleicht mal hinter uns bringen? Lieben gern. Mega-Faust-Pachiru! Glückwunsch, Super-Freunde! Alles in Ordnung? Super! Oh nein! Seit wann ist Raisins Girls verbrennend in? Jawoll! Genau wie ich es erwartet habe. Vitalitäts-Kelch. Und... Ein bisschen Morny. Wir siegen acht Raisins Girls. Und... Die hat der Fakt wieder. Los, das ist unsere Chance! Diese Mädchen sind mein Kryptonit. Du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arsch. Held. Was ist dein Kryptonit? Äh, keine Ahnung. Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ist schon okay? Ich bin in deinem Team, Arsch. Kind. Mir könntest du es sagen. Ja, nein. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Äh, Sechsklasse, Raising Girls, Karoscander, alte Leute, Ninja, Papiere, Krebsmenschen. Das ist eine wichtige Entscheidung, wenn du mal dein Leben lang leben. Ich bin für Krebsmenschen. Gestalten, die aussehen wie Menschen, schmecken wie Krebse und die Menschen unterjochen wollen? Ja. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Gut, Freund. Nyaa. Und wir haben Moskito freigeschaltet. Oh, wir können es auch unser Team bearbeiten. Ah, okay. Ähm. Dann möchte ich noch Human... Human Kais. Dieser schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.